Ich habe heute wieder eine Übung aus dem Lach-Yoga für euch. Und zwar kennt ihr vielleicht die Situation, dass man sich viel zu viele Gedanken macht und es kreiselt im Kopf und irgendwo kommt man nicht zur Ruhe. Und dafür gibt es die Gehirnseite, mit der man die Gedanken, sag ich mal, putzen kann und lachen kann dazu. Überall, wo sich irgendein blöder Gedanke festgesetzt hat, putzt man und lacht man. Und je mehr man geputzt hat, umso mehr kann man und so besser kann man lachen. Viel Spaß beim Ausprobieren und lacht's gut.